Ah, wir rennen einfach durch, ja, hm, klappt wohl nicht. Wir machen einfach das, was wir denken. Denk. Ich denk an Eis. Das wäre dann zum Eis. Ja, zur Eisblume vielleicht. Hm, schön, ne? Das gefällt einem. Ich glaub, wir müssen uns gleich erst bewegen. Nee, das machen wir jetzt nicht. So lange würde ich nicht gehen. Ich will aber auch keinen extra, ne? Ich hab auch nicht. Du auch? Ich auch. Warte, 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 please. Was will das denn? Hallo? Das war mein Spruch. Mach's putt, mach's putt. Ich bin ja nicht begabt drinnen zu springen und... Man hat's gesehen. Ich spring jetzt durch, weißt du was? Warte! Ja, ich warte auch. Lass das Teil, Teil! Nein, ich will das Teil, Teil, hab. Ich muss dich da weg. Du bleibst da, wo du bist. Okay. Mach's, du nicht wusste es. Soll ich mal versuchen, da durchzuspringen und du bleibst dann da? Also ich hätte das vielleicht nicht sagen sollen, dass dieses Level viel leichter ist als das davor. Also das erste. Deine Schuld! Achtung, warten. Die Dellewelle. Der Todesangst-Lava. Ich bin doch gar nicht gerannt. Nein, du bist gerutscht. Ach toll. Ich bin doch gar nicht gerannt. Nein, du bist gerutscht. Ja. So war's nun mal! Aber das kommt stumm. Oh, cool. Das hat mich mitgenommen, hast du das gesehen? Das war voll nett. Wir kriegen nachher eine, äh, eine Durchlauf- Oh, bisschen. Ne, Durch- Durchlaufhilfe? Du weißt, was das ist, ne? Nein! Wir lassen Sylvie reden. Ich weiß nicht, ist ich meine. Huuu! Huuu! Das hat mich jetzt schon so oft, dieses Hooray! Aber irgendwann hat es sich gebracht. Ich dachte, ich sollte durchlaufen. Guck, so klappt's. Nein, Mann! Wär ich da vorne auch noch drauf gekommen, wäre es hier zu tun gewesen. Deswegen habe ich nicht mehr eine Blase. Oh, fuck. Ja, ich war auch voll unsicher da. Du würdest es aber überleben können, nicht wie ich. Du würdest es überleben können, weil da so eine Welle ankommt. Die hätte jetzt springen können. Ja, aber die war so hoch, dass ich nicht springen konnte. Doch! Nein! Das ist doch keine Ahnung! Von was? Von Bierdosenöffnung? Vorher... Was, ob ich von so besäufern wäre. Fisst du nicht? Du hast noch nie einen Schluck Bier oder so getrunken. Eben! Ja! Bestätigen! Ja, das ist ja... Das ist ein schwieriger Alter. Ups! Sie sind immer mal geplant. Wieso? Ja, äh ja, sie ist 15... Oh, das ist ein schwieriges Alter! Wieso? Check ich nicht. 15 war mein glücklichstes Jahr. Oh Gott, sie ist weg. Die Blume ist weg. Ich bin verkackt. Mist, die will sie. Ich bin sechs. Ich bin nicht mehr da. Du bist doch da. Oh Mann, dass das wohl traurig wäre. Nein, du hast mich gerettet. Ja, und mich getötet. Ich wollte aus dem Ding drauspringen und du sprichst auf mich drauf. Oh, dann hast du mich auf die Farbe hin gestellt. Ich mach, ich mach, ich mach. Du kannst das nicht. Ich könnte das sogar jetzt machen, wenn du nicht da bist. Aber Alter, du bist gleich ganz tot. Weißt du das? Dann hast du da extra Anlauf. Das weißt du, ne? Ja, ich will ja keine. Du willst ja, dass ich Alp habe. Was? Ich will das. Ja, du wolltest mir ja kein Erneben machen. Ja, können wir ja nachher machen, aber das dann offscreen, ne? Vielleicht, warum komm ich jetzt ein extra Anlauf oder ich pack mich nachher an eine Blase. Die Möglichkeiten habe ich oder ich stirb extra. Fuck. Das war jetzt oberdämlich. Du standst noch an einem sicheren Ort. Nein. Ey, gut, dann machen wir eben offscreen ein paar Leben. Ja. Nein, wir machen keine Leben. Nein. Wir zaubern. Wir zaubern. Ah, also bis gleich, ne? Bis gleich. So, wir sind dann wieder da. Wir haben sogar Fliegeflug. Pfff, ha, ha, ha. Nicht hauen. Ah, das ist so schön. Uns ist vorhin aufgefallen, dass wir total dumm waren, weil, soll ich euch mal was zeigen? Das ist krank. Wir hätten selbst uns da was von gönnen können. Ah, wir sind jetzt auf den Fliegeflug gegangen und haben jetzt Fliegeflug. Und deswegen nehmen wir das jetzt nicht, logischerweise, so. Ja, ein Fliegepilz. So, wir, wir werden jetzt wieder von Anfang an das Level machen müssen, weil wir nicht daran gedacht haben, dass man das Level dann wieder von Anfang an machen, 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 machen muss. Aber ist das scheißegal. Wir sind toll. Wir haben Fliegeflug. Ein Fliegepilz. Ein Fliegeflugpilz. Wie man sieht. Besonders hier ist das ja sehr nützlich. Warst du? Ich? Ich hab Angst. Ich auch. Läuft aber schon viel besser, würde ich sagen, wa? Ich brauch nicht. Ich bin schon traurig, manche. Ich find's gut so, weißt du denn? Wir sind jetzt schon wieder bei der Hälfte. Und wir sind nicht einmal gestorben. Also echt. Echt mal. Wir sind echt gut. Ja, aber hier hilft uns das leider nicht. Wieso? Ich will dir wohl, aber mir nicht. Oh, oh. Ey, was machst du? Ja, Moment. 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 Ist das schön, ne? Weil wir hier jetzt nicht verkacken, weil wir echt gut sind in diesem Moment. Weil wir Fliegepilze haben. Fliegeflug. Oh, 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 oh. Okay. Das war jetzt ein völliger Scheiß für den Teil. Das ist sterben gehen. Das ist sterben gehen. So, ich versuch mich jetzt ein bisschen durchzubeißen. Das mach ich jetzt, weil... Jaja, weil sonst feiert mich mein Fliegepilz gleich nicht mehr. Genau. Mein Fliegenpilz... Oh, 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 oh. Was ein Gag. Dass man daran nicht stirbt, ist echt ein Wunder. Oh, 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 oh. Okay. Dann kannst du dran fliegen. Nein, nein, nimm mich mit. Du kannst ja mitfliegen. Ach, genau. Ach ja, das haben wir ja auch noch rausgefunden, was? Geht uns an. Ja. Du hast mich missbraucht. Ich finde das jetzt völlig fair. Ja, mich zum Fliegen missbraucht. Ich hab voll Angst. Ey, das ist da vorne noch nicht drauf gekommen, oder? Ja, echt. Total dämlich. Aber es ist immer so, ne? Ja. Ich weiß gar nicht, was das ist. Das ist sowas wieder. Jaja, aber ich weiß nicht, was das für Vieh hier sind, meinte ich. Ach so, die springen nur hoch. Das ist ja echt easy. Ja, soll ich doch. Oh, ist ja nett. Dafür bekommen wir einfach normale Fliegepilz. Schön. Weißt du, dass mich teilweise ankotzen? Ja.